Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind in Lübeck mit der Winzbraut, aber nicht nur mit der Winzbraut, mit der Josefina, unserem neuen Schiff, das wir nach unserer Frau benannt haben. Und die wollte ich euch nochmal zeigen. Und außerdem wollte ich nochmal nachschauen, ob die wirklich Josefina heißt. Und hier ist sie, die Dame. Und sie heißt, oh Gott, sie heißt Josefa. Verdammt. Oh mein Gott. Ich glaube, der Haussegen hängt schief. Hm. Aber vielleicht kann ich mich irgendwie herauswenden, indem ich sage, dass Josefina unsere Tochter heißen soll, wenn sie dann mal geboren ist. Hm. Ja. Das ist doch vielleicht. Vielleicht komme ich damit durch. So. Eure Frau ist bei den Bürgern von Lübeck beliebt. Sehr schön. Und genießt bei vielen Ratsherren eine hohe Anerkennung. Hm. Okay. Muss man da ein bisschen aufpassen auf die Dame? Na ja. Gut. Wir machen lieber weiter Geschäfte. Das können wir. Unser Ansehen ist gestiegen. Ich glaube, uns fehlt jetzt im Moment noch das Geld für einen weiteren Aufstieg. Oder wir können ja mal abwarten hier beim Monatsumbruch, ob wir möglicherweise dann schon aufstiegen werden. So. Jetzt haben wir aber einiges zu tun. Ich erzähle wieder schon so viel. Wir haben wirklich wahnsinnig viel zu tun. So viel Geld. So viel Geld ist zu investieren. Neues zu bauen. Wir haben erstmal gebadet. Und werden dann beten. Josefina, haben wir euch... Habe ich euch gezeigt? Und wisst ihr was? Jetzt, wo wir schon so viel Geld haben und es gar nicht richtig ausgeben können, weil wir immer reicher werden. Amen. Könnten wir da auch nochmal was Gutes tun und hier für den Ausbau der Kirche spenden. Jetzt hauen wir mal wirklich was rein. Kommt, Leute. 10.000... Ja. Großzügige Spende. Die Bürger in dieser Stadt sind begeistert. Hervorragend. Sehr schön. Ich hoffe, wir sehen dann auch bald, bald, bald ein größeres Gotteshaus. Wie sieht es denn aus? Wir haben schon viele Spenden erhalten. Okay. Das ist ein gutes Zeichen, dass es bald losgehen wird. So. Jetzt ist aber... Gibt es hier ein schlechtes Zeichen, nämlich diese tanzenden Ausrufezeichen. Denn... Ja, wie ich das schon befürchtet hatte, wir haben kein Eisenerz mehr. Aber hier kommen ja schon... Nee, stolzes Kremes. Doch, bringt auch Eisenerz mit. Sehr gut. Wir selbst haben auch Eisenerz an Bord. Insofern sollte diese kleine Krise jetzt schon wieder überwunden sein. Wir bringen jetzt mal das Bier in den Kontor. Eisenerz und Wein auch wieder zurück. Sehr schön. Gut. Sieht gar nicht so schlecht aus. Fälle sind nicht mehr da. Das ist sozusagen noch der... Na, Pol. Warte mal. Bringt ihr zufällig auch ein bisschen Fälle. Aber die Holzwurm... Ja, das kommt deshalb, weil die Holzwurm ja einmal überfallen wurde. Und deswegen könnte es ein bisschen knapp sein. Gut. Eisenerz ist wieder da. Die arbeiten wieder. Sehr brav. Wir gucken noch mal kurz. Ist hier alles in Ordnung? Bettler 92. Die Stadt wächst und gedeiht. Und 4, 89, 79, 76. Ja. Ich denke, das ist okay. Machen wir eigentlich inzwischen Gewinn mit diesen Sachen. 840, 600, 800. Oh ja, wir sind im Gewinnbereich. Sehr gut. Also ich denke mal, wir brauchen jetzt erstmal noch nicht ausbauen. Machen wir vielleicht beim nächsten Mal. So, jetzt kommt der wichtige nächste Punkt, nämlich die Schiffsroute. Dazu müssen wir erstmal unseren Kapitän, den wir an Bord haben, Adam, Kapitän Adam, rüber zur Josefina bringen. Okay. Dann braucht die Josefina auch Matrosen. Das wollen wir jetzt gleich klären. Acht, Leute, braucht sie. So. Und dann soll sie auf neuen Kurs gehen. Und da habe ich natürlich wie immer schon was vorbereitet, weil das doch immer eine ziemlich knifflige Sache ist. Lübeck, Edinburgh ist die Route, die ich vorbereitet habe. So, ihr seht es. Wir wollen von Lübeck aus Oslo, Bergen, Edinburgh, Scarborough und Riepen anlaufen. Also, ja, diese Tour hier, diese besprochene Nord-Nord-Tour. Oslo, Bergen, Edinburgh, Scarborough, Riepen und dann zurück nach Lübeck. Was habe ich da jetzt gemacht? Jetzt läuft das schon so ein bisschen so ab, wie wir es bei den anderen Routen auch im Nachhinein immer weiter hinzugefügt haben. Wir werden in Lübeck schon mal einige Verbrauchsgüter hier laden. Das ist alles noch recht bescheiden. Aber es wird mit der Zeit immer mehr werden, weil ja Lübeck immer ein immer größerer Zentralpunkt werden wird, wo immer mehr Waren auflaufen werden. So fangen wir an. Und dann habe ich ja an jedem Ort einfach geguckt, was kann man kaufen, was kann man verkaufen. Ich habe im Prinzip alles, was wir mitgenommen haben, was wir unterwegs kaufen, dann auch wieder auf Verkaufen eingestellt und hoffe einfach, dass wir gute Geschäfte machen. Und am Ende soll, wenn möglich, noch Tücher, also Tuche übrig bleiben und wir nach Lübeck kommen. Das ist so ein bisschen das Ziel. Also ich glaube, in Edinburgh, ihr seht es, wir schauen mal hier rein, sehen wir einmal, sehen wir hier Tuche. Ja, die habe ich ganz oben gemacht, kaufe von der Stadt. Also da kriegen wir was her und in Scarborough glaube ich auch, genau. Und in Rieten, da verkaufen wir noch Tuche, aber ich glaube, ich hoffe trotzdem, dass in Lübeck noch was ankommt. So, insofern können wir die Route scharf schalten und dann sollte es dann auch hoffentlich losgehen. Und hoffentlich klappt das dann auch so und die Geschäfte laufen weiter gut. Gut, so, jetzt haben wir, jetzt würde ich sagen, wir bauen gleich das nächste Schiff, geben wir einen Auftrag. Bloß nicht, keine Zeit verlieren und wir sehen aber, oh verdammt, wir haben ein Problem mit Pech. 30 fast Pech brauchen wir. Lübeck hat kein Pech. Ich glaube, wartet mal, wo wird Pech? Hier nicht, hier nicht. Ich glaube in Danzig, das ist jetzt ein bisschen doof, weil wir da nicht reingucken können. Da werden wir eh jetzt hinfahren und gucken, ich glaube, in Danzig wird Pech hergestellt. Das müssen wir dann vielleicht in unseren Tour hier von Danzig mit aufnehmen. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt Pech. Wir werden da so viel wie möglich kaufen, weil wir wollen gleich ein neues Schiff noch mit in Auftrag geben. Gut, dann werden wir jetzt nach Danzig fahren. Wir müssen da aber natürlich auch Betriebe bauen. Wir wollten da eine Bierbrauerei und Getreidefarm bauen. Und deswegen nehmen wir jetzt so viel wie möglich Baumaterial mit aufs Schiff. Und ich denke, wir nehmen mal 10 Eisenwaren. Holz wird es da, glaube ich, geben. Wir machen mal den Rest mit Ziegel voll. Das ist immer so ein bisschen der knappe Punkt. Und haben jetzt übrigens auch kein Kapitän mehr. Ab jetzt gehen wir wieder auf Kapitänssuche. Aber wir fahren jetzt erst mal nach Danzig. Wirklich nur zum Bau von Gebäuden. So, weniger Zuschlag. Was haben wir bei uns? Und was haben wir hier? Handelsinfo-Abrechnung. Amtliche Nachricht. Wir haben eine neue Bauerlaubnis. Diesmal in Hamburg. Oh, ja, ja, ja. Sehr schön. So, weiter nach Danzig. Nein, die Winzbrau wird angegriffen von Juliane. Ach du Schreck. Auf dem Weg nach Danzig. Voll beladen mit Ziegeln. Hat keinen großen Wert. Aber ist natürlich ärgerlich. Mal gucken, was passiert. Wir kommen an. Seeschlacht. Schauen wir uns das erstmal an. Erstmal haben wir Bauerlaubnis. Seht ihr Novgorod und Ladoga? Wir kriegen die jetzt einfach so durch unseren allgemeinen Ruf. Also insofern dürfen jetzt fast alle Städte dabei sein. Wie sieht es aus mit der Seeschlacht? Ach, wir konnten fliegen. Gott sei Dank. Oh, aber die Winzbraut stark angeschlagen. Kontor ist fertig. Stabellauf. Das kennen wir schon. Hier unten haben wir noch was nicht gelesen. Werkstatt. Egal. Wir sind in Danzig. Wie sieht es aus mit der Winzbraut? Ja. Ich glaube, so viel hatten wir auch geladen. Das ist alles gut. So, jetzt aber erstmal. Ne, wir können das gleich in den Kontor laden. Schiffkontor. Erstmal alles ausladen. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in den Kontor. Und wo ist jetzt unser Kontor? Das hier ist, glaube ich, der Kontor. Da brauchen wir jetzt erstmal einen Verwalter. Erster Schritt. Zehn pro Tag ist noch ganz okay. Jetzt müssen wir den Kontohandel einstellen. Und jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir gut überlegen. Bier wollen wir natürlich kaufen. Und zwar, ich würde sagen, den Bestand, ich weiß gar nicht, wollen wir auf Maximum mal. Wir machen mal auf 100. Wir brauchen richtig viel Bier. Wobei, wir wären bis zum Preis von 40. Oder jetzt machen wir es mal ein bisschen günstiger. 36. Wir haben ja hier einen Händler. Da müssen wir nicht auf 40 gehen. Gut, wir kaufen jetzt hier alles Bier auf. Was können wir noch? Wir können noch gucken, ob hier Fleisch für uns da ist. Da gehen wir sogar auf 10, würde ich mal sagen. Dann schauen wir. Wartet mal. Was wollen wir noch in Danzig? Leder und Wolle gibt es hier manchmal. Probieren wir es einfach. Leder. Ja, bis 20 Wolle. Ja, gut, das ist ein bisschen utopisch. Machen wir mal 10. Das wird mir sonst zu viel. Aber so viel kriegen wir da eh nicht. Und ich glaube, hier brauchen wir auch. Wenn hier Wolle da ist, dann nehmen wir sie auch für 900. Das ist in Ordnung. So, gut, das sind die Einkäufe. Jetzt werden wir gleich schon mal die Verkäufe definieren. Und zwar denke ich, werden wir hier auf jeden Fall Eisenwaren verkaufen. Und zwar bis 450 runter. Wir werden, wenn wir haben, Fälle verkaufen. Das mache ich jetzt nämlich schon alles prophylaktisch. Wenn wir mal irgendwann das alles am Laufen haben, dann brauche ich das hier nicht mal einstellen. Wir werden Honig verkaufen. 140, Keramik werden wir verkaufen. Achso, Pech wollten wir ankaufen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Pech. Da werden wir bis 30 Pech immer einkaufen. Oder vielleicht sogar 40. Und zwar zu einem Preis von bis 60, denke ich. Gut. Salz war ja hier, glaube ich, nicht. Im Gegenteil, wir brauchen hier Salz. Das müssen wir noch mal sehen. Und Tuch werden wir dann verkaufen an die Stadt Tran, falls er hier ist, auch. 140. Und Wein, falls wir da haben, auch. Okay, damit ist der Kontohandel eigentlich eingestellt. Jetzt wollen wir bauen. Bauen, bauen, bauen. Bierbrauerei war gesagt. Mal gucken, was uns das kostet. Brauhaus. So. 8.200 ist doch okay. Ziegel 40. 26 müssen wir noch kaufen. Scheint irgendwie zu funktionieren. Wir brauen. Und als nächstes möchte ich noch eine... Ein Getreidehof. Das geht auch noch gerade so. Warenkosten sind recht hoch. Aber ich will jetzt nicht wieder zurückfahren. Deswegen bauen wir den jetzt mal auf die Seite hier. Bloß nicht neben unseren Konkurrenten. Okay. Damit haben wir jetzt die beiden Bauten abgeschlossen. Jetzt müssen wir aber noch... Jetzt müssen wir dran denken. Jetzt müssen wir die Route der Holzwurm verändern. Wo ist sie? Das ist Stolz des Cremes. Die fährt ja an Danzig vorbei. Hier. Hier haben wir die Holzwurm, die jetzt unterwegs ist nach Riga gerade. Das ist auch alles gut. Hier müssen wir nämlich bei Danzig jetzt rein. Und müssen jetzt ihm sagen, er soll nicht kaufen, sondern... Transfer von Kontor... Ah ja, ja, ja. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Transfer ins Kontor, aber nicht Max, sondern da nehmen wir jetzt... Immer 10 erstmal. Wir wollen ja nicht alles da abladen. Felle auch. Ins Kontor. 10. Fleisch vom Kontor rein. Honig ins Kontor. Das ins... Ich mach das erstmal so alles. Salz... Leder... Nee... Frontkontor, genau. Ein bisschen kompliziert, aber wichtig. So, Salz bitte ins Kontor rein. Das müssen wir dann noch beim Kontohändler übrigens einstellen. Falls hier wirklich mal Salz ankommt. Tuch auch ins Kontor. Ach nee. Salz soll, glaube ich, hier... Oder wollen wir hier Salz Maximum machen? Ja, er hat ja, glaube ich, keine andere Fleischroute an. Da können wir hier Maximum machen. Gut. Tuch. Will er dann allerdings nur 10? Und Wolle. So. So müsste das richtig sein. Ich hoffe, wir haben das jetzt in Ordnung. Anständig gemacht. Dann auf der nächsten Holzwurm-Tour wird das dann hoffentlich richtig gemacht. So. Jetzt haben wir hier alles erledigt. Außer wir können hier manuell noch was kaufen und zurück nach Lübeck bringen. Ja, ich weiß auch schon, was ich kaufen will. Oder haben wir jetzt schon was im Kontor gekauft? Nee. Wolle liegt hier nur. Ich will eigentlich Pech kaufen. Und zwar kaufe ich jetzt richtig viel. Auch wenn das teuer ist. Wobei in Lübeck ist bestimmt auch noch ein bisschen Pech. Das reicht dann jetzt, glaube ich. So, können wir noch was kaufen? Bier. Komm. Wir kaufen noch ein bisschen mehr Bier. Und dann fahren wir einfach mal zurück nach Lübeck, um dort das Schiff in Auftrag zu geben. Ach ja, die Winzbaut, die ist ja sehr angeschlagen. Die müssen wir dann auch nochmal reparieren gleich. Aber erstmal braucht sie noch Besatzung. Und wir dürfen nicht vergessen, wir müssen ja nach dem Kapitän gucken jetzt immer. Wobei, lasst uns vielleicht nochmal vorher nach Toren fahren. Da war doch ein Kapitän. Das sollten wir unbedingt tun. So, wir brauchen einen weiteren Matrosen. Jetzt, wo wir hier sind, lasst uns schnell nach Toren fahren. So, wir haben das nächste Richtfest. Was ist denn jetzt gebaut worden? In Aalbock ist die Viehzucht fertig. Oh, das bedeutet auch wieder einige Veränderungen. Da müssen wir nämlich jetzt mit dem Konto Handel ein bisschen was gucken. Fleisch und überhaupt die Route auch wieder. So, die Winzbaut ist da. Wer fährt da gerade rein? Achso, okay. Jetzt wollte ich gucken, ist hier der Kapitän noch? Ja, tatsächlich, er hat auf uns gewartet. Das ist ja perfekt. Wunderbar. Damit haben wir den nächsten Horatio Harkonzon 333. Der wird eingestellt. Seht ihr, die ganzen Probleme mit den Kapitänen ist jetzt alles Geschichte. Ganz easy peasy läuft das jetzt. So, Bier, Pech ist hier auch nicht so gut. Alles andere wird unser Schiff machen, was da kommt. Deswegen fahren wir jetzt aber die Winzbaut zurück nach Lübeck. Denn wir wollen das nächste Schiff für diesen Kapitän hier, den wir gerade angeheuert haben, in Auftrag geben. So, 26. September haben wir. Jetzt geht's los. Schiff. Bauauftrag. Genau. Also. Kreier. Jetzt geht's. Jetzt halten sich die Kosten auch in Grenzen. Tuch müssen wir ein bisschen dazukaufen. 22.000 Wird in Auftrag gegeben. So, die Zeiten. Weiß ich nicht. Das letzte Mal ging das jetzt nochmal deutlich schneller. Auf jeden Fall haben wir das jetzt auch. Und wir bringen jetzt Schiffkonto erstmal noch ein bisschen Bier wieder nach Lübeck. Und brauchen jetzt nicht mehr die Nordtour zu fahren. Das macht ja jetzt unsere Route da. Unsere neue Josefina. Da will ich überhaupt mal gucken. Wie sieht's denn aus bei der Josefina? Was hat die... Oh, die hat viele Eisenbahnen unterwegs noch gekauft. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen fein justieren. Honig ist hier auch noch überhaupt nicht los geworden. Den Wein auch noch nicht. Leder... Also sie konnte nicht viel verkaufen, muss ich mal so sagen. Na, mal gucken. Vielleicht in Edinburgh, Scarborough. Vielleicht ist da noch ein besseres Geschäft zu überlegen. Riepen kommt ja auch noch. Halten wir mal ein bisschen im Blick. Das ist jetzt die erste Tour. Da gibt's immer noch Feintuning dann hinterher zu leisten. Okay, Leute. Wir fahren jetzt mit der Winzbraut wieder die Köln-Route. Nehmen was jetzt an Bord? Nein, stopp. Wir wollen ja nochmal bauen wieder. Und wir müssen reparieren. Wir wollen bauen nochmal in Arlbock Fleisch. Das heißt, wir müssen... Nee, Schiffkonto. Wir müssen Ziegel wieder mitnehmen. Wir müssen Eisenbahnen mitnehmen. Und Holz nehmen wir ein bisschen mit. Und dann hilft's nicht. Wir können erstmal noch keine Geschäfte machen. Wir müssen erstmal in Arlbock nach dem Rechten gucken. Okay. So. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Also das ist unsere Fleischproduktion. Wir verbrauchen fünf Salz. Oh, das ist aber verdammt viel. Ach, und wir stellen dadurch auch Leder her. Ah. Das ist alles Teil der gleichen Produktionskette. Oh. Okay. Gut. Dann müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir müssen jetzt Fleisch und Leder erstmal hier ausstellen beim Kontohandel. Leder kaufen wir nicht mehr. Da passiert gar nichts. Und Fleisch... Ich meinte, wenn die Stadt was hat, kaufen wir trotzdem. Bis wir zehn haben, das ist schon okay. Fleisch ist noch Mangelware. So, dann müssen wir... Diese Route hier, wo ist sie? Ne, hier oben. Fährt gerade nach Oslo rein, glaube ich. Ja, ne. Stolz des Cremes, genau. Da müssen wir ein bisschen was machen. Wir müssen hier in Arlbock... Fleisch... Achso, ja. Fleisch. Da brauchen wir gar nichts machen. Wir kaufen ja nicht. Das ist ja schon auf Kontohandel umgestellt. Ist in Ordnung. Wieso holen wir uns aus Arlbock Honig? Da ist was falsch eingestellt. Hier, da gibt es ja gar keinen Honig in Arlbock. Das ist Schwachsinn. Transfer von Kontor. Das heißt eigentlich Transfer in Kontor 10. So muss es sein. Offenbar, der Rest ist vernünftig. Gut. Das haben wir jetzt auch drauf. Und jetzt ist die Frage, bauen wir nochmal Fleisch? Kriegen wir die Salzversorgung hin? Das ist die große Frage. Wie viel Salz haben wir im Moment jetzt hier? 29. Oh, das sieht ja ganz gut aus. Das funktioniert. Dann würde ich sagen, bauen wir gleich nochmal unsere Fleischproduktion nochmal aus. Viehzucht. Ach, verdammt. Es fehlen Rohstoffe. Eisenwahnsinnig genug da. Da müssen wir leider nochmal fahren. Hilft nichts. Schiffkontor. Eisenbahn rauf aufs Konto. Holz. Ziegel. Vielleicht müssten wir hier auch mal den Waren, den Kontohandel bei Eisenbahn so einstellen, dass wir mal eine Minimalmenge definieren, den wir für Schiffe sperren. Obwohl, hier wird gar nichts, hier wird ja gar nichts mitgenommen an Eisenbahn, glaube ich. So, Leute. Wir müssen leider nochmal nach Lübeck. Wir müssen da nochmal Eisenbahn holen. Pech gehabt. Richtfest. Das nächste Richtfest steht an. Ich sehe gar nicht mehr durch. Ah, der Treidehof in Danzig ist gebaut. Okay. Schiffkontor. Da nehmen wir noch mehr Ziegel mit. Und der Rest ist Eisenbahn. Beziehungsweise Holz. Oder nee, Ziegel sind wertvoller. Den Rest nehmen wir. So. Gut. Nochmal zurückfahren. Oh, Leute. Verwalter, Kindersegen, Bauerlaubnis. Was ist hier alles los? Also, wir sind jetzt auch in Bergen anerkannt. Dann meldet sich der Verwalter aus Lübeck und möchte jetzt 74 pro Tag haben. Wahnsinn. Und, ha, Entzücken und Stolz erfüllt. Unter unser Herzen, als uns heuer ein Knabe geboren ward. In Gedenken an unsere stolze Familie trägt er fortan den ehrenhaften Namen Josef. Okay. Ja, das ist doch der... Ja, schaut euch das an. Josefina, Josef war Josef. Das ist doch genau der gleiche Gedanke. Seht ihr, da habe ich meine Frau beruhigt. Okay, ich wollte, wenn es eine Tochter gewesen wäre, hätten wir sie Josefina. Jetzt heißt sie Josef. Aber ich habe es versprochen mit dem Schiff und so. Ihr wisst das noch. Das klappt ja alles. So, jetzt aber nicht ablenken lassen. Jetzt bitte nochmal bauen. Wir wollen nochmal... Viehzucht. Ja, jetzt klappt es gut. Daneben nochmal das nächste hin. Sehr schön. Okay. Die Eisenbahn, die lassen wir aber auch nochmal hier. Schiffkontor. Und dann geht es endgültig jetzt nochmal zurück nach Lübeck, bevor wir dann auf große Fahrt gehen. Denn dort müssen wir das Schiff definitiv nochmal reparieren lassen. So. So ist der Stand der Dinge. Ja. Das kann ich eigentlich gleich schon mal machen. Dann vergesse ich nicht das nächste Mal. Reparatur. Schiff reparieren. 1100 kostet es. Okay. So, das dauert drei Tage. So lange müssen wir eh pausieren. Und für euch ist die Pause etwas länger. Denn wir haben Staffelpause. Ich gucke mal kurz hier rein. Wir sind jetzt bei 570.000 Unternehmenswert. Ja. Durch Investition ist jetzt nicht allzu viel dazugekommen. Ich werfe mal einen letzten Blick. Wo ist denn jetzt eigentlich hier? Da ist die Josefina. Okay. Was sehen wir? Also wir sehen, sie bringt zu viel mit zurück. Und Tuch. Das hat ein bisschen geklappt. Das ist gut. 23 Tuch. Aber... Ich glaube, sie hat nicht viel verkauft unterwegs. Also Eisenbahn, das ist blöd, dass wir Eisenbahn jetzt nach Lüberg bringen. Erz ist okay. Aber Eisenbahn ist blöd. Da müssen wir dann noch was... Da müssen wir noch ein bisschen noch was einstellen. Wahrscheinlich habe ich zu viel gekauft. Ist aber nicht so schlimm. Die Sachen gehen ja Gott sei Dank nicht verloren oder vergammeln. Das werden wir schon irgendwann los. Im Zweifel dann auf unseren anderen Touren. Die ja auch alle fleißig hier fahren. Jetzt scheint das mit dem Bier wieder ganz gut zu klappen. Ja. Okay. Gut. Liebe Leute, ich freue mich auf die nächste Staffel. Bis dann. Macht's gut. Euer Steinballen. Ich freue mich auf die nächste Staffel.